Herzlich Willkommen zum Teil 12 meines Infodienstes Leben ohne Krankheit. Heute geht es um lebenswichtige Zusammenhänge bei Krebs. Wir wissen, dass Krebs zu den heimtückischsten Erkrankungen gehört. Gleich nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen steht er in der Todesursachenliste auf Platz 2. Worüber ich heute spreche, das sollte für Sie von größtem Interesse sein. Wir haben alle und jeder für sich ca. 25% Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken. Mit einigen Vorkehrungen, vor allem mit der Lebensweise, können wir uns vor Krebs besser schützen. Dazu spreche ich später in weiteren Infodiensten. Uns wird es jedoch trotz der Vorkehrungen nicht hundertprozentig gelingen, dass jeder, der heute hier dabei ist, Krebs in seinem Leben erfolgreich vermeidet. Deshalb gut aufgepasst und immer am Ball bleiben. Ungefähr 450.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich neu an Krebs. Umso verwunderlicher ist es, dass die folgenden Informationen über wichtige Zusammenhänge für viele Menschen, die es betrifft, nicht bekannt sind. Dabei meine ich Patienten und Ärzte. Leser und Hörer meines Infodienstes sind hier echt im Vorteil. Nämlich auch dazu, mit dem Wissen am Ball zu bleiben. Meine Ausführungen haben mit Cyberknife zu tun. Sie erinnern sich an einen vorausgegangenen Teil meines Infodienstes, in dem Frau Hinz ihren Tumor innerhalb einer Stunde mit der Strahlenchirurgie Cyberknife besiegt hatte. Alles ohne Schmerzen, Risiken oder Folgeerkrankungen. Frau Hinz konnte diesen lebenswichtigen Vorteil für sich nutzen, weil sie von Cyberknife rechtzeitig wusste. Lassen Sie mich heute darüber sprechen, dass Cyberknife für eine große Zahl von Patienten die einzige erfolgreiche Behandlungsoption ist. Eine schwerwiegende Feststellung. Warum kann ich das so absolut sagen? Nehmen wir den Lungenkrebs. Weltweit die Nummer 1 der Krebstodesursachen. In Deutschland steht er auch oben in der Liste der Krebsformen. Die einfachste vorstellbare Methode zur Beseitigung von Lungenkrebs ist die Operation. Es wird dabei das Lungensegment mit dem Tumor gemeinsam entfernt. Es ist auch gut für uns vorstellbar, dass das, was nicht in den Körper gehört, einfach herausgeschnitten wird. Das lässt sich jedoch bei jemandem, der jahrelang geraucht hat, nicht durchführen. Warum nicht? Ein Mensch, der lange Zeit Raucher war, hat sehr verschlechterte Lungenfunktionswerte gegenüber jemandem, der lebenslang Nichtraucher ist. Nehmen die Chirurgen das von Krebs betroffene Lungensegment heraus, reicht die erreichbare Lungenfunktion durch das noch verbleibende restliche Lungengewebe zur Atmung nicht aus. Schon Narkose und Beatmung während der Operation sind bei schlechter Lungenfunktion sehr, sehr riskant und fallen als Option weg. Und das hat vordergründig nichts mit dem Lungenkrebs zu tun, sondern mit dem Rauchen. Dass wir uns hier richtig verstehen, ich gehöre nicht zu denjenigen, die dem Individuum erklären wollen, dass sein Krebs vom Rauchen herkomme. Das können wir für das Individuum gar nicht wissen. Eine solche schnell mal dahergeredete Behauptung ist nicht haltbar. Das werden Sie von mir nicht hören. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass bestimmte Behandlungsoptionen für den Krebspatienten ausfallen aufgrund der schlechten Lungenfunktion. Hier gibt es die enge Ursache Wirkungsbeziehung zwischen Rauchen und Lungenfunktion. Leider fallen andere Behandlungsoptionen auch weg. Die konventionelle Strahlentherapie ist auch aus dem Grund der schlechten Lungenfunktion nicht tragbar. Sie erinnern sich daran, dass Sie schon bereits gelernt haben, dass die konventionelle Strahlentherapie einen weiträumigen Saum um den Tumor ziehen muss. Also ganz bewusst gesundes Gewebe mitbestrahlt. Das Gesunde wird dann auch geschädigt. Da hilft auch die Fraktionierung über 40 bis 50 Tage nicht viel. Das Volumen des gesunden Gewebes, was zielgerichtet bei der konventionellen Strahlentherapie mitbestrahlt wird, erweitert sich bei Lungenkrebs um ein Vielfaches. Warum? Warum erweitert sich das bei Lungenkrebs um ein Vielfaches? Der Lungentumor bewegt sich aufgrund der Atmung des Patienten während der Bestrahlung. Somit muss das Strahlenfeld weit größer eingestellt werden. Noch mehr gesundes Lungengewebe wird geschädigt. Die Lunge büßt also durch die Bestrahlung einen großen Teil ihrer a priori geschädigten Lungenfunktion zusätzlich ein. Das geht also auch nicht. Der Patient braucht Lungenfunktion zum Leben, zum Überleben. Nur zur Verdeutlichung. Ein Lungentumor mit einer räumlichen Ausdehnung von 2 mm führt durch Sicherheitssaum und Bewegungsunschärfe bei konventioneller Strahlentherapie zu einem Bestrahlungsvolumen eines Würfels mit den Kantenlängen von ca. 25 cm. Diesen Schaden würde ein Patient mit verringerter Lungenfunktion nicht verkraften. Bleibt nur noch Cyberknife. Es ist das einzige Verfahren weltweit, was so gut wie ausschließlich den Tumor zerstört und gesundes Gewebe in der Nachbarschaft unbeschädigt lässt. Das schafft Cyberknife aufgrund seiner Präzision und aufgrund der Vielzahl von Strahlenwegen. Die erreichte Genauigkeit bei Cyberknife liegt auch für bewegte Tumoren bei sensationellen 0,3 mm. 0,3 mm auch bei Lungenkrebs. Aufgrund dieser sehr guten Eigenschaften ist es möglich, den Tumor komplett innerhalb einer Stunde zu zerstören und gesundes Gewebe dabei zu erhalten. Das gilt sogar auch bei Cyberknife-Behandlungen für mehrere Tumoren in der Lunge zugleich. Das sind also die wichtigen Zusammenhänge, wodurch die Cyberknife-Behandlung für viele Krebspatienten als die einzige Option zur Behandlung gilt. Man muss eben nur Bescheid wissen darüber. Diese lebenswichtigen Zusammenhänge sind meines Erachtens nur wenigen bekannt. Und das bei der weltweit häufigsten Krebsform. Aber Sie wissen jetzt Bescheid über diesen wichtigen Aspekt und gehören zu denjenigen, die am Ball bleiben können für Leben ohne Krankheit. Freuen Sie sich auf morgen. Da lernen wir Wichtiges zur Risikoabschätzung und Risikovermeidung bei Diagnostik und Therapie kennen.